Es war einmal ein Doppelkonsonant, Konsonantenzwillinge sozusagen. Und sie hatten eine wichtige Funktion, denn sie markierten die sogenannte Geminate, einen langen Konsonanten. So lebten sie viele Jahre Seite an Seite und wurden von allen anderen geachtet. Mit der Zeit aber verschwanden die Geminaten aus der deutschen Sprache. Alle Konsonanten wurden nun gleich lang ausgesprochen. Und die Konsonantenzwillinge hatten keine richtige Funktion mehr. Und dieselben Leute, die sie zuvor noch gelobt hatten, blickten nun mit Verachtung auf sie herab. Sollten sie sich etwa trennen, nach all der Zeit? Da fiel ihnen etwas auf. Direkt neben ihnen stand ein Vokal, der ziemlich verzweifelt aussah. Er beklagte sich bitterlich. Er wurde kurz ausgesprochen, aber niemand wusste es. Da kam den Konsonantenzwillingen eine Idee. Was hielt sie davon ab, einfach die Kürze des vorangegangenen Vokals zu markieren? Gar nichts. Und sie taten es einfach. Der Vokal war ihnen unendlich dankbar. Und sie waren sogar so erfolgreich, dass bald auch andere Wörter sich ein Beispiel an ihnen nahmen und noch einen zusätzlichen Konsonanten hinzufügten, wo ursprünglich nur ein einziger war. Ein paar andere Grapheme rümpften zwar ihre Serifen, sie beriefen sich auf das Germanische und behaupteten, es sei ungewöhnlich, dass zwei Konsonanten, die ursprünglich Länge markiert haben, nun für die Kürze eines Vokals standen, aber diese Stimmen ignorierten sie einfach. Es war nun mal so. Und es war gut. Und es war gut.